Ich würde gerne nen sozialkritischen Text schreiben, doch mach etwas anderes in den nächsten 6 Zeilen. Wie ich sowas überhaupt anstelle, verweiß ich nicht. Wohlmöglich werde ich, dass ich sag, was alle Scheiße ist. Also fick China, fick Sober, fick Obama, fick Merkel, fick ganz viel und fick dich selbst. Ich geh der ganzen Sache sehr auf den Grund, bin zu konstruzieren wie ihr, doch bring es mehr auf den Punkt. Greif dir die ausgestreckte rechte Hand und die linke zimmert hier eine Flasche über den Kopf. Wisst ihr, dein Blut die Drüsen verstopft, Vertrauen macht angreifbar, ich prühe Freunde krank aus Reif. Stelle mich ganz Körper am Puffer und die Schlampen verlassen frei, will ich ihren eigenen Laden auf der Suche nach was Neuem. Nach meinem Shootout auf dem Disco-Klo muss die Putzfrau nun was zu feudeln. Auf Fragen reagier ich überhaupt nicht und geh mit Handschuhen in den Darkroom zum Faustfick. Ich kaufe mir einen Sack Reis in China, werfe ihn um, doch in Deutschland kommt es in keiner Fernsehsendung. Verarsche, diese Medien lügen, wo sie nur können, aber N ist immun, denn er ist omnipotent. Hier, im Gesicht mehr Haare als ein Wehr. Wer, habt ihr behauptet, das Leben seit er? Er, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen? Mein Rap ist wie Klingelstreiche, sind befreite Kinder scheiße. Dann schaue ich in Hühnermaske auf, denn ich brauche einen Einstieg. Ich laufe gerne durch die Stadt, psychologisches Sightseeing ist doch immer was Feines. Und wenn sie fragen, wirst du Boxer? Reagier ich routiniert und weist der Haselmaus den Kopf ab. Wer ist das Opfer? Wie halt ich mich neutral? Will der Arsch in den Kopf oder der Kopf in den Arsch? Aber drauf geschissen, was reg ich mich hier denn auf? Die Hauptsache ist, im Fernsehen laufen die Tippen von dicken Frauen. Beginn und Länge der Fortpflanzung. Die Zeit hängen weitgehend vom Wetter ab. Nach der Paarung baut das Weibchen ein Nest im Gebüsch, in dem sie etwa 22 bis 24 Tage ihre Jungen wirft. Das Brutnest ist in der Regel im Durchmesser etwa 9 bis 12 Zentimeter groß. Normalerweise erblicken 3 bis 4 nackte und blinde Junge das Licht der Welt. Die Mutter verlässt sie nur, wenn sie absolut ungestört ist. Ihr erstes Ausfälle, das Jugendkleid bekommt sie mit 13 Tagen. Nachdem selbstständig werden, erhalten sie ein Übergangsklein. Das Blasser und Grauer ist als das Fell der Erwachsenen. Ihre Augen öffnen sich, wenn sie etwa 18 Tage alt sind. Im Allgemeinen bleiben die Jungen etwa 40 Tage lang frei. Der Poster und Schiff sind darauf verliebt. Von Auf Bis zum nächsten Mal.